Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 28. Februar mit Zoe Tassowali. Schönen guten Abend. Top-Thema heute bei uns in Essen. Natürlich die Bombenentschärfung im Nordviertel. Einer der größten Einsätze bisher bei uns in der Stadt. 350 Einsatzkräfte sind schon den ganzen Tag im Einsatz. Die Essener bekommen bei Krankentransporten unter anderem Unterstützung von Einsatzkräften aus Mühlheim, Duisburg und Oberhausen. Über 100 Einwohner haben sich inzwischen in der Turnhalle der Uni Duisburg-Essen versammelt. Dort ist eine Betreuungsstelle für sie eingerichtet worden. Und dort müssen sie auch erst einmal bleiben, bis die 10-Zentner-Bombe entschärft ist und Feuerwehr und Stadt grünes Licht geben, dass alles vorbei ist. Wie lange das aber noch dauert, war bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts nicht klar. Wir haben aber online auf radioessen.de einen Live-Ticker für euch. Dort bekommt ihr alle aktuellen Infos und Fotos rund um die Bombenentschärfung im Nordviertel. Börsenkurse sacken ab, Messen fallen aus, Flüge werden gestrichen. Die Ausbreitung des Coronavirus belastet die Wirtschaft immer mehr. Auch hier bei uns in Essen werden die Auswirkungen immer deutlicher. In Rüttenscheid hat zum Beispiel eine Firma wegen des Coronavirus erst mal zugemacht. Die Unternehmensberatung Ernst & Young hat ihr Büro in der Witte-Kind-Straße. Rund 100 Mitarbeiter sollen bis auf weiteres von zu Hause aus arbeiten. Denn in der Zentrale der Unternehmensberatung in Düsseldorf hat ein Mitarbeiter das Coronavirus. Und er war zuletzt für kurze Zeit auch in dem Essener Büro. Auch neun Menschen aus Stoppenberg müssen erst mal zu Hause bleiben. Die Familie war bei der Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg. Ein erster Test hat Corona zwar nicht bestätigt, die Familie könnte das Virus trotzdem theoretisch haben. Deshalb muss sie eine gute Woche zu Hause bleiben, dann wird sie noch einmal untersucht. Die Familie wurde genau aufgeklärt, was Quarantäne bedeutet. Und außerdem hat das Gesundheitsamt geklärt, ob sie genug Essen zu Hause hat oder Unterstützung braucht. Hier bei uns in Essen sind wieder etwas weniger Menschen arbeitslos. Aktuell haben rund 30.400 Essener keinen Job. Die Arbeitsagentur am Berliner Platz sagt, dass der Arbeitsmarkt in Essen robust ist. Aber es gibt auch hier die ersten Sorgen wegen des Coronavirus. Die Agentur weist die Firmen deshalb darauf hin, dass sie Kurzarbeit beantragen können. Das gilt zum Beispiel, wenn sie wegen des Virus nicht genug Material aus China bekommen. Bisher hat das aber keine Essener Firma beantragt, heißt es auf Radio Essen Nachfrage. Eine Gruppe von Fahrradfahrern kämpft darum, dass Essen fahrradfreundlicher wird. Sie hat der Stadt heute ein Bürgerbegehren übergeben. Die Gruppe Radentscheid will, dass die Radwege an großen Straßen sicherer werden, die Radwege nicht einfach aufhören und es generell mehr Fahrradparkplätze gibt. Nach der Übergabe heute muss die Stadt jetzt schätzen, was die Forderungen ungefähr kosten würden. Dann kann die Gruppe Unterschriften sammeln. Sie braucht rund 13.400. Wenn die Politiker im Rat das Bürgerbegehren nicht unterstützen, könnte es zu einem Bürgerentscheid zu den Fahrradwegen bei uns in Essen kommen. Und was war überregional wichtig? Im Dieselskandal haben sich Volkswagen und die Verbraucherzentralen doch noch auf einen Vergleich geeinigt. Für rund 260.000 VW-Kunden bedeutet das eine Entschädigungszahlung. Im Durchschnitt sollen sie 15 Prozent des Kaufpreises erhalten. Je nach Fahrzeugalter und Typ mindestens 1.350 Euro bis maximal gut 6.000 Euro. Die VW-Käufer können jeweils selbst entscheiden, ob sie die Zahlung annehmen. Falls nicht, können sie in Einzelklagen um mehr Geld streiten. Auf den Philippinen ist ab sofort das Rauchen von E-Zigaretten in der Öffentlichkeit verboten. In dem Erlass von Präsident Duterte steht außerdem geschrieben, Unternehmen brauchen für die Herstellung und den Handel mit E-Zigaretten in Zukunft eine Lizenz der Drogenbehörde. Was genau passiert, wenn man dagegen verstößt, hat der Präsident nicht gesagt. Er drohte Rauchern aber mit Haftstrafen. Auf den Philippinen gibt es bereits seit drei Jahren ein allgemeines öffentliches Rauchverbot. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen bleibt es wechselhaft und überwiegend trocken. Am Nachmittag regnet es dann nur kurz. Am Abend wird es dann aber wieder trocken, bei Werten um die 13 Grad. Außerdem wird es morgen wieder sehr, sehr windig. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen hört ihr dann morgen früh wieder. Euch jetzt erstmal einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.